ARD Text im Auftrag von Funk Wollt ihr eigentlich den Scheich von Dubai selber in diesem Sinne? Nein, da wohnt nur der Roger Federer drin. Wieso zieht es den eigentlich hier runter? Ja weisst du, es gefällt den Sportlern natürlich. Die dürfen sowieso nichts rufen. Und Federer ist doch auch froh, wenn seine Freundin eine Burka tragen muss. Ja, Burka für die Mirka! Aber du, da unten hat die Minaret-Initiative nämlich keine Chance. Ah ne, dann setzt er lieber an. Ja weisst du, dass Dubai praktisch völlig auf aufgeschüttetem Sand gebraut ist? Ja du, wenn sie etwas haben, ist es Sand, oder? Ja, wie Sand am Meer? Ja, du, aber wirklich alles aufgeschüttet. Da, wo sie nochmal so einen Herrenkern kommen und der Sache ist weg, könntest du bei uns nicht machen mit unserem Raumplanungsgesetz. Ja, aber weisst du, so ein Scheich ist einfach hundertmal effizienter und der Schmerl's-Oises von Name-Lost-Six von Vor. Mord!